Manchmal muss man sich erheben über die Welt des Alltags, um alles überschauen zu können, was getan wurde und was zu tun ist. Neue Ideen wachsen lassen und verwurzeln. Neue Blicke gewinnen durch Rückzug nach oben. Die Nebel sich lichten lassen. Inmitten dieser idyllischen Landschaft liegt das Hochberghaus, die einzige Klausuralm der Welt. Gediegenes Ambiente auf 1200 Meter Höhe, in der landschaftstypischen rustikalen Ausstattung. Das Hochberghaus. Eine Klausuralm, die Komfort und Entspannung in einem bietet. Und gutes Essen natürlich. Leichtes und Herzhaftes aus der Region für Feinschmecker. Denn wo gut für den Körper gesorgt wird, da kann der Geist fliegen. Und dazwischen immer wieder die Natur. Der Bergwind lüftet den Geist. Und wenn Wissen und Natur zusammenwachsen sollen, dann ab ins Baumhaus, dem einzigen Seminarraum der Welt, der über einem Abgrund schwebt. Ein Platz für Gedanken, die noch nie gedacht wurden und für eine nie gekannte Weite der Ideen. Kommen zu Neuem. Auf der Klausuralm Hochberghaus. Kommen zu Neuem. Auf der Klausuralm Hochberghaus. Kommen zu Neuem. Auf der Klausuralm Hochberghaus. Vielen Dank.